Ich war an vielen Orten, ich habe nicht über alle Orte hier berichten können, weil dann wäre das Buch zu dick geworden. Ich wollte eigentlich nur so eine kleine Hilfe geben, damit man selber auch weiß, wie es auf der Welt, in der wir leben, oder auf der wir leben, aussieht. Also auf der Erde. Aber die Erde ist nur ein ganz kleiner Verschwinden, kleiner Teil des Universums. Und auch wir sind ein verschwindend kleiner Teil aus dem Innersten von vielen Milliarden verschwindend kleinster Teilchen aus der Spitze einer Stecknadel. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Und das multipliziert mit Milliarden mal nichts.